Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zur neuen Fotobesprechung. Heute sprechen wir über das Thema Langzeitbelichtungen. Ihr habt es euch gewünscht. Ich habe heute wieder die besten aussagekräftigsten Fotos rausgenommen. Die werden wir heute besprechen. Ich werde auch die Instagram Seiten wieder hier verlinken. Das heißt, ihr könnt dann auch zu den Interpreten, die das Foto erstellt haben, dann auch dementsprechend auf die Seiten von Instagram schauen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß, die Fotos anzufertigen bzw. mir sie zu schicken, hier mitzumachen. Denn das Thema Langzeitbelichtungen ist ein bisschen was anderes als Sonnenaufgang, Sonnenuntergang oder Nebel im Foto. Denn bei Langzeitbelichtungen brauchst du ein bisschen mehr Equipment. Zum einen geht es los, dass du das nicht so einfach aus der Hand fotografieren kannst. Also Langzeitbelichtungen im Sinne von längere Sekunden belichten. Und zum anderen brauchst du auch eine Idee im Vorfeld, was du machen möchtest. Also gerade bei Langzeitbelichtungen brennt dir schnell was aus oder es ist etwas schnell verwackelt. Also da braucht es schon ein bisschen mehr Know-how. Und ich habe in euren Fotos gesehen, dass ihr euch wieder sehr viele Ideen vorher gemacht habt. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange darüber. Wir fangen sofort an. Wir steigen ein. Und ich würde sagen, wir beginnen mit dem ersten Foto. Das erste Foto hat mir Carola geschickt. Ich klicke mal hier rein. Genau. Carola hat mir geschrieben, sie wünscht sich hier in dem Video mit auftauchen zu dürfen. Sie fragt sich, was ich für ein Foto halte. Okay. Okay, Carola. Vielen Dank erstmal für dein Foto. Und wie immer gehe ich sofort rein in den Zuschnitt. Ich würde mir das hier ein bisschen mehr zuschneiden, wenn der Titel ein anderer ist, als du ihn dir vorgestellt hast. Der Titel hier würde wahrscheinlich lauten, die Brücke über dem Fluss, über der Elbe oder über der Donau oder wo auch immer das dann ist. Und dementsprechend müsstest du das dann zuschneiden. Das heißt, wenn du den Fluss quasi in den Fokus nehmen willst, dann ist es gut, wenn er so ein Drittel bis zwei Drittel des Bildes ungefähr, also eher auf zwei Drittel im Bild sozusagen einnimmt. Ich glaube aber nicht, dass du den Fluss in den Fokus nehmen wolltest, sondern eher die Brücke. Das heißt, ich würde sie auch schön mittig hier platzieren, sodass du oben noch ein bisschen was siehst und sodass du aber auch unten noch den Fluss mit drin hast. So, gehen wir mal rein. Das wäre jetzt mein Zuschnitt. Instagram-Format wäre schwieriger, weil 4x5 bedeutet automatisch noch mehr Zuschnitt und dann wäre die Brücke nicht ganz in der Mitte. Aber wir kombinieren mal den Instagram-Zuschnitt. Genau. So, jetzt haben wir die Brücke immer noch relativ in der Mitte im Fokus. Ich finde es auch immer noch passend. Jetzt zeigst du zumindest auch noch mehr, worauf es dir ankommt. Es ist ein bisschen komprimierter, ein bisschen reingekroppter, aber ich mag das so auch vom Look. Also das wäre ja der Instagram-Format. Muss es aber nicht. Und jetzt gehen wir in die Bildbearbeitung, in die Regler rein. Wir ziehen mal ein bisschen die Lichter runter, weil die hast du noch gerettet. Genau, das Histogramm im Standard war nun jetzt nicht so krass ausgebrannt, wie ihr seht. Wir nehmen das mal ein bisschen runter. Musst du aber nicht, weil das Problem ist, sobald du das Weiß zurücknimmst, fehlt dir auch so ein bisschen der Glanz im Foto. Ja, okay, so. Dann würde ich den Weißabgleich mal ein bisschen austesten auf automatisch. Das finde ich zu krass. Das finde ich definitiv zu blau, aber ich würde es vielleicht ein bisschen, schon ein bisschen mehr Richtung blau ziehen. Also ich schiebe es wieder ein bisschen mehr in die wärmere Region. Aber so eine etwas kühlere Farbtemperatur passt, denke ich, auch noch ganz gut ins Bild, weil du das Problem hast in der Stadt, da sind die Himmel meistens orange geleuchtet von den Straßenbeleuchtungen. Wenn ich jetzt mal auf Standard gehe, siehst du das? Ja. Geh mal zurück. Also so einen leichten Blaustich, einen leichten Blauton würde ich drin lassen. Ein Ticken mehr ins Wärmere, so. Genau. Dann Schärfe und so weiter fasse ich mal nicht an. Was mir aber auch auffällt ist, du hast in deiner Belichtung, du hast Belichtungszeit 8 Sekunden, Blender 8, 140 Millimeter, ISO 100. Sehr, sehr gute Werte auf jeden Fall. Aber irgendetwas scheint hier verwackelt zu sein. Das heißt, deine Lichter hier vorn in der Mitte, die sind wie Light Painting quasi verschoben. Also du hast die Lichter zwischendrin von den Laternen, aber du hast oben auch noch diese Lichtmalerei sozusagen. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn du das nicht möchtest. Ich vermute, du hattest auf deinem Untergrund nicht ganz einen ganz ruhigen Stand. Das heißt, ich vermute, du warst auf einer Brücke oder du standest irgendwo, wo es nicht ganz trittsicher war. Das kann sein, das muss es nicht, denn hier oben das Gebäude kommt mir recht scharf vor. Auch hier unten von der Brücke hier unten auch die Pfeiler, die scheinen recht scharf zu sein. Auch hier dieser untere Teil der Brücke ist auch für mich scharf im Foto. Ich frage mich ein bisschen, warum die Lichter hier oben so vermalt sind. Okay, das kann natürlich dein künstlerischer Effekt sein, den du erzielen möchtest. Wenn du es nicht möchtest, würde ich dafür sorgen, dass du einen festen Stand hast bei deiner Belichtung und vielleicht ein bisschen kürzer belichtest. Dann musst du mal schauen, ob vielleicht 8 Sekunden schon zu lange sind, wenn du nicht ganz so sicher stehst mit deiner Kamera. Einfach ein bisschen ausprobieren und ein bisschen herumspielen, ja? Ich gehe nochmal rein ins Zuschneiden. Ich sehe gerade ein bisschen, würde ich es noch so gerade machen. Okay, halt. Je nachdem. Ich würde mich bei sowas immer an den Gebäuden orientieren im Hintergrund und würde dann dementsprechend die Gebäude sozusagen geradeaus tarieren. Du kannst doch hier unten das Modul nehmen, wo das automatisch von Lightroom gemacht wird. Das Transformieren-Modul. Da kannst du auf Auto gehen. Ja, so ticken. So würde ich es nehmen. Okay, also Ausrichten und Farbe haben wir besprochen. Belichtung, wie gesagt, spielt beim nächsten Mal ein bisschen herum, wenn du das nicht möchtest. Wenn das dein Ziel war, okay, dann hast du es erreicht. Aber ich vermute, du wolltest das wahrscheinlich nicht machen, weil auch Teile der Brücke hier rechts und links etwas unscharf sind. Da würde ich einfach beim nächsten Mal schauen, vielleicht wie gesagt, einen sicheren Stand zu haben, wo du dann quasi sicher gehst, dass deine Kamera auch wirklich nicht wackelt. Ist nicht so easy, gerade wenn du in der Nähe von Wasser bist und vielleicht auf einer Brücke stehst und dadurch eben den besten Spot hast. Ja, das ist nicht so easy, dann im Zweifel halt die ISO hochnehmen und Kürze belichten. Ja, okay. Vielen Dank Carola für dein Foto. Wir machen weiter. Wir machen weiter mit Tom. Genau, Tom hat uns ja auch ein wunderschönes Wasserfoto geschickt. Er hat geschrieben, das ist sein Langzeitbelichtungsbild aufgenommen am ersten Tag, an dem bei ihm Schnee lag. Okay, also das erste Winterschneebild bei ihm dieses Jahr oder vergangenen Winter. Und er selbst fand es gar nicht so schlecht. Genau, ich finde es auch nicht so schlecht, Tom, muss ich sagen. Denn was mir sehr gut auffällt, das ist das Wasser. Ich mag es, wenn das Wasser eine blaue Farbe hat. Hier in meiner Region ist es meistens eher dunkel oder bräunlich. Das hängt einfach damit zusammen, dass hier keine Berge in der Nähe sind und das Wasser quasi schon durch viele Kilometer geflossen ist und dementsprechend auch Schwebeteilchen mit sich bringt und Verschmutzung und dadurch dunkler oder brauner verschmutzter aussieht. Bei dir ist es wunderschön blau. Gefällt mir sehr, sehr gut. Klar, sowas kannst du mit Lightroom noch ein bisschen nachbearbeiten und ein bisschen mal rausholen. Aber ich mag das vom Look, wenn das Wasser so aussieht. Gerade mit dem Restlaub, was dort noch im Hintergrund liegt. Das seht ihr hier oben. Das gibt einen guten Kontrast mit dem vom Blau zum Orange, zu diesem Weiß mit dem Schnee. Finde ich sehr, sehr schön. Und die Perspektive finde ich auch sehr toll, dass du im Vordergrund noch den Baum hier hast, ein bisschen Unschärfe und dann den Verlauf hin zum Wasser bzw. auch zur Brücke, die drüber ist. Sehr, sehr geil. Toller Bildausschnitt. Du hast das Ganze im quadratischen Format dir zugeschnitten, im 1 zu 1 Format. Instagram nimmt das natürlich, klar, wenn du das so möchtest. Du könntest jetzt auch 4x5 nehmen, da wäre es im Querformat schwierig, weil du mega viel vom Bild verlierst, oben und unten. Du könntest das jetzt noch so zuschneiden. Ja, das wäre noch okay. Halt, das ist ein bisschen zu klein gezoomt. Aber im Hochformat wäre das auch nicht viel besser. Also auch da müsstest du dich entscheiden. Klar, du könntest jetzt die Brücke wieder in den Fokus nehmen, im Vordergrund ein bisschen in den Baum. Okay, aber ja, Hochformat finde ich noch ganz passabel, aber wir machen das mal wieder aufs Original zurück, so wie du das gemacht hast. Und das finde ich schon sehr, sehr gut. Genau, schauen wir mal rein. Okay, du hast im Histogramm darauf geachtet, dass dir nichts ausbrennt, weil ich sehe hier beim Wasser die weißen Stellen, die sind auch nicht ausgebrannt. Das heißt, du könntest die sogar noch einen Ticken hochziehen, aber okay, da kommt schon gleich das Histogramm und sagt ausgebrannt. Okay, es kommt immer darauf an, was du im Druck am Ende machen möchtest. Wenn du es digital, also nur online veröffentlichst, dann ist es oftmals nicht so schlimm, wenn es ein bisschen ausgebrannt ist, hier in den weißen Stellen. Aber kommt auch wieder darauf an, was du mit deinem Foto erzielen möchtest. Wir können natürlich mit dem weißen noch ein bisschen spielen, weil ja, der Schnee, hence the name, ist halt auch sehr weiß. Und du kannst auch noch ein bisschen die Schwarzwerte anpassen. Wenn du sagst, du möchtest ein bisschen mehr knackigeren Kontas drin haben, dann kannst du auch die noch einen Ticken zurücknehmen. Finde ich aber so ganz gut. Und das Problem ist, sowas wird sehr schnell düster, also vom Look. Deswegen, klar, so ein Schneebild darf auf jeden Fall auch schön hell sein. Du siehst, ich habe gar nichts groß eigentlich darüber zu sagen, weil ich es echt super finde. Wir gehen mal in den Weißabgleich, was der Weißabgleich sagt, wenn wir in Automatik gehen. Klar, das ist meistens im Winter, ihr seht das. Er macht dann das Foto so gelbstichig, so gelb-braun-stichig. Das liegt daran, dass der Schnee bzw. dein blaues Wasser dem Algorithmus zu kühl vorkommt und dementsprechend einfach in die wärmeren Regionen die Farbtemperatur schiebt. Ich nehme es mal zurück. Ja, so einen Ticken könntest du machen. Aber muss nicht. Das Problem ist, der Schnee färbt sich sehr schnell auch dann gelb ein und dementsprechend hast du dann auch wahrscheinlich nicht mehr den Look vom Schnee, den du haben möchtest. Vom Zuschnitt her haben wir es besprochen. Ich würde sagen, du kannst im Blau auch noch ein bisschen was machen. Wir gehen mal hier hoch, halt hier ist es in das Blau. Und zwar kannst du hier auch noch mal festlegen, okay, möchte ich die Sättigung so stark haben oder nehme ich ein bisschen noch das Blau einfach ein bisschen dunkler rein. Also nehme ich ein bisschen mehr Brillanz raus oder Luminanz in dem Fall bzw. nehme ich ein bisschen Sättigung raus oder rein, wenn es richtig knallen soll. Klar, da kannst du noch ein bisschen spielen, aber ich finde, so wie du das gemacht hast, ist das schon ziemlich gut. Finde ich ziemlich geil. Das Einzige, was ich noch probieren würde in dem Fall, wäre vielleicht hier oben noch ein bisschen, wenn hier oben die Sonne durchgekommen ist, das noch ein bisschen zu verstärken, so ein bisschen mit Weiß, so ein bisschen reinmalen, um einfach hier oben noch etwas mehr eine hellere Region in das Bild mit reinzubringen. Aber das war es auch schon. Schau mal, vorher, nachher. So viel ist es nicht, bis auf, dass es etwas mehr im Meißabgleich noch sich verändert hat. Aber ansonsten im Großen und Ganzen ist es recht gleich geblieben, demzufolge. Ein sehr, sehr schönes Bild, Tom. Vielen, vielen Dank dafür. Machen wir weiter mit dem nächsten Foto. Und zwar hat das mir der Marc geschickt. Marc Bräutigam. Marc hat dieses Foto aufgenommen. Ich lese es mal hier unten ab. Er hat es aufgenommen, aufgenommen an der Ostküste in Corfu, in einem kleinen Fischerdorf namens Petriti. Das ist natürlich richtig cool. Wenn du so ein Foto von deinem Urlaub mitgenommen hast, da geht halt was. Das ist schon ziemlich geil. Ich zoome das mal noch ein bisschen mehr ran. Das finde ich halt echt klasse. Also es sieht richtig toll aus. Vor allen Dingen die Farbstimmung hier. Das scheint Sonnenaufgang, Untergang zu sein. Und mit der Langzeitbelichtung hast du dann auch noch einen tollen Zoom-Effekt in deinen Wolken. Ich mag das ja, wenn die Wolken dann so ein bisschen verschwommen aussehen. So ganz leicht, aber immer noch Struktur erkennbar ist, sodass es nicht schon Striche sind. Und das Wasser natürlich hier auch wunderschön. Sieht schon fast aus wie Nebel so ein bisschen. Finde ich ziemlich gut. Gut. Wir fangen mal an mit dem Zuschnitt. Okay. Sehr schön, du hast darauf geachtet, dass dein Horizont gerade ist. Genau. Ich würde es, glaube ich, auch genauso machen. Ja, wo ist ein Ticken? Ja. Kann jetzt auch an meiner Wahrnehmung liegen. So. Und im Zuschnitt hast du auch sehr gut darauf geachtet, dass dein Schiff in einem Drittelbereich ist. Das heißt, im linken Drittel deines Fotos. Sehr, sehr schön aufgeteilt. Was sagt denn das 4x5-Format? Halt, ist das falsch? Hier. Das 4x5-Format wäre jetzt genauso, nur dass du eben im Foto rechts etwas verlierst im Zuschnitt. Und im Hochformat wäre es dann sozusagen so der Fokus komplett nur auf dem Schiff, also überhaupt nicht mehr auf dem Meer. Da kommt es dann auf den Geschmack an, ja? Was dir besser gefällt. Ich mache das mal wieder zurück zum Original. Okay. So. Wir schauen uns mal an den Lichter nicht ausgebrannt. Sehr, sehr schön. Das ist ja bei der Langzeitbelichtung, wie ich es vorhin gesagt habe, immer so das Problem. Ein bisschen tricky. Ein bisschen heller würde ich es machen. So ein Ticken. Muss da aber auch nicht. So ein Ticken. Nur, ja. Und dann würde ich vielleicht hier nochmal einen Radialfilter reinnehmen, den hier so draufziehen. Wenn du jetzt noch keine Vignettierung hast, dann würde ich bei so einem Foto vielleicht schon ein bisschen Vignettierung reinnehmen. Würde das hier auf Umkehren nehmen, hier ein bisschen. So ein Ticken nur. So. Ein Ticken mehr noch. Reinnehmen und dann passt das. Genau. So, Weisabgleich sagt, wenn wir automatisch gehen, das hat schon fast was Grünstichiges, oder? Wir nehmen das mal hier unten zurück. Ich glaube, ich könnte mich auch nicht entscheiden. Es wird sehr schnell zu kühl. Und das gefällt mir dann nicht. Da gefällt mir das Original besser. Und etwas wärmer wird dann auch schnell künstlich. Wobei, ja, es geht noch. So ein Ticken. So plus sechs, plus fünf. Das kannst du eigentlich noch recht gut nehmen im Weisabgleich. Und so ein Ticken wärmer. Aber nicht viel. Finde ich sehr, sehr schön. Von den Farben würde ich hier, glaube ich, nur überlegen, ob ich das Blau zu dem Kontrast mit der Sonne so lassen möchte. An und für sich ist das schon ein sehr, sehr schöner Orange-Teal-Look. Das kannst du noch ein Ticken auch anpassen, indem du hier noch die Sättigung mit reinnimmst von dem Orange, beziehungsweise von dem Gelb. Hier noch sagst, okay, ich möchte mehr oder weniger davon. Das Blau würde ich so lassen, weil das finde ich recht schön. Ja, sieht super aus. Und auch ziemlich sauber hast du gearbeitet, weil du hast in deinen hellen Stellen keine Sensorflecken. Das ist manchmal so das Letzte, was dann sozusagen fehlt. Wenn du nach Hause kommst und hast tolle Bilder gemacht und hast dann Sensorflecken plötzlich im Foto, die du erst später erkennst, ist das immer sehr ärgerlich. Du hast Glück gehabt, du hast das hier wunderbar auch ohne Sensorflecken hinbekommen. Sehr, sehr geil, gefällt mir sehr, sehr gut. Okay, machen wir weiter. Der nächste bitte. GUSCH Photography. Genau. Das ist ein Foto aus Erfurt. Ist das aus Erfurt? Dieht aus wie Erfurt. Ich schaue mal hier rein, was hat er geschrieben. Er ist ein Fan von den Perspektiven, die nicht unbedingt jeder wählt. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und er hat das Foto in Bremen aufgenommen. Es gibt so eine Miniatur auch in Erfurt. Und ich dachte jetzt gerade, das ist im Hintergrund das Erfurter Rathaus und im Vordergrund die Miniatur von der Innenstadt. Aber nein, das ist in Bremen aufgenommen worden, das Rathaus von Bremen. Und auch mal eine ganz andere Art, eine Langzeitbelichtung in der Stadt abends zu machen. Ja, finde ich richtig, richtig toll. Vor allen Dingen das Rathaus, was im Hintergrund noch bunt angeleuchtet wurde, sieht schon richtig geil aus. Also wenn du so ein Foto gemacht hast von historischen Gebäuden, das hat auf jeden Fall was. So, gehen wir mal rein in die Belichtung. Klar, es ist etwas, im Histogramm trügt das. Das Histogramm sagt, es ist deutlich unterbelichtet, weil alles quasi auf links ist. Aber wie soll es anders gehen in der Innenstadt? Das Problem ist, du hast sehr schnell das Rauschen mit drin, beziehungsweise hast du auch Flares mit drin von den Lichtern, was du nicht möchtest. Deswegen, ich gehe wieder zurück in der Belichtung. Etwas dunkler ist da auch völlig normal und völlig in Ordnung. Ja, hier haben wir auch wieder das Problem mit dem Himmel. Wenn du es bewölkt hast, hast du ganz schnell diesen Orangeton drin, den nicht jeder mag, den nicht jeder möchte. Und ich gehe mal hier in den Zuschnitt als erstes. Wir nehmen mal wieder das 4x5 Format. Jawohl. Das würde ich, glaube ich, so zuschneiden. Vielleicht weniger vom Himmel. So, wo das einfach ein bisschen mehr zusammenkommt. Ich nehme das mal so rein, ein bisschen weiter weg. So, dann würde ich hier ein bisschen mehr in das Kühlere gehen. Also in der Farbtemperatur würde ich hier ein bisschen kühler gehen, zum Klee. Was sagt die Automatik? Die Automatik macht das auch. Hier finde ich es zu krass. Also ihr seht das auch im Hintergrund. Das angeleuchtete Rathaus wird dann hier zu krass blau. Da würde ich wieder ein Ticken zurückgehen. Aber so finde ich es schon recht gut. Und hier unten hat es so einen leichten Grünstich bekommen. Gefällt mir gar nicht. Also da mag ich dann diesen Rosé-Rosa-Ton dann doch lieber, ja. Okay, aber das ist jetzt die Automatik mit dem Weißabgleich. Das macht natürlich auch jeder Algorithmus ein bisschen anders und jede Kamera ein bisschen anders. Von daher, ja, nehmt das jetzt nicht zu sehr aufs Korn, ja, wenn ich das mache. Genau. Ich würde das hier, wie gesagt, ein bisschen heller machen. So einen Ticken. Ich würde darauf achten, dass ich mir hier das Licht hier von der Laterne rette. Klar, das ist ein großes Licht. Eine sehr, sehr große Lichtquelle. Und die steht natürlich im krassen Kontrast zum Rest des Fotos, der dann recht dunkel ist. Also gerade im Vordergrund, die Miniaturen, beziehungsweise auch das Rathaus im Hintergrund, ist jetzt nicht so hell, dass das jetzt miteinander gut abzugleichen geht. Aber wenn du das gut rettest, im Zweifel vielleicht noch zwei, drei Bilder machst und die dann zusammenmerzt zu einem HDR, dann kannst du da auch wunderbar die Lichter retten. Im Zweifel einfach ein Foto machen, wo die Lichter korrekt belichtet sind. Und dann noch ein weiteres, um zu sagen, okay, da habe ich jetzt ein bisschen mehr Spielraum, auch was die Tiefen angeht im Foto. Und dann kannst du dir auch dein Licht noch gut retten. Bei dir passt das aber auf jeden Fall noch. Es ist nicht zu krass ausgebrannt, ein bisschen schon. Aber wie gesagt, ich finde es jetzt nicht unbedingt schlimm. Und ich würde hier in deinem Fall vielleicht auch ein bisschen im Radialfilter mal reinschauen und mir das hier noch ein bisschen mehr mit Helligkeit so rausnehmen. Ich setze sie mal zurück. Ein bisschen Helligkeit zum Ticken. Genau so. Klar, das Problem ist, du bekommst immer bei sowas mehr Rauschen ins Bild, weil du durch das Heraufziehen der dunklen Bereiche sagst, okay, ich möchte diese Teller machen. Und wenn du eine Kamera hast mit einem sehr guten Dynamikumfang, bekommst du nicht so schnell Rauschen ins Bild. Je nachdem, was du für Equipment benutzt, bedeutet das schneller oder später bekommst du dann Rauschen ins Foto. Ist aber grundsätzlich nicht schlimm. So ein bisschen Rauschen. Also, weil ich sehe, ihr macht auch alle Fotos mit sehr guten Kameras. Die können das auch mittlerweile ab, die Bilder an der Nachbearbeitung. Deswegen macht euch da nicht ganz verrückt. Ja, so ein Ticken. So ein Ticken würde ich machen. So, dass es ein bisschen noch rauspoppt. Und da ist das auch okay, wenn das hier etwas überbelichtet ist. Finde ich sehr, sehr gut. Und von der Perspektive, glaube ich, muss ich gar nichts mehr ändern, wenn ich mir jetzt hier die Profilkorrektur anschaue, also die Begradigung im Foto. Ich gehe mal auf Auto. Ich finde aber das Gebäude, du siehst, er macht gar nichts. Genau. Ich mache es nochmal aus. Genau. Also, minimal hat er was geändert. Du hast das wunderbar austariert. Also, dein Stativ scheint exakt gerade gewesen zu sein, weil hier auch nichts passiert ist. Und das ist gar nicht so einfach, wenn du Gebäude drin hast, die so im Vorderen im Hintergrund sind. Dann hast du sehr schnell das Problem, dass etwas gekippt und geneigt aussieht. Und dann muss die Software eingreifen, wenn du es quasi korrekt darstellen möchtest. Sehr, sehr schön von den Farbbearbeitungen her. Ich sehe hier gerade, es gibt einen leichten Grünstich. Das kannst du vielleicht, bis du noch rausnehmen, beziehungsweise hier oben im Weißabgleich noch etwas mehr ins Rosé gehen. Und dann dürfte das nicht mehr so krass da sein. Vielen Dank für dein Foto. Wir schauen weiter auf das nächste Bild von Sven. Sven hat ein Foto geschickt, mitten aus dem Wald. Ein Wasserfall. Ich mache das mal ein bisschen größer hier, bis wir reinschauen können. So, genau. Auch hat eine sehr, sehr schöne Stimmung. Also, hier fällt mir, also, wir fallen mir zwei Sachen auf, nicht nur eine Sache. Zum einen, er hat auch sehr darauf geachtet, dass eben der Wasserfall nicht so krass ausbrennt, weil das ist gar nicht so einfach, wenn du in einem Bereich fotografierst im Wald, wo es sehr krasse Unterschiede zwischen hell und dunkel gibt, wie hier rechts unten sehr dunkel, links oben oder oben generell, viel, viel heller. Und er hat auch darauf geachtet, dass es einen sehr interessanten Zuschnitt hat. Denn vermute, die Stelle war sehr klein und sehr überschaubar. Und da einen guten Spot rauszuholen im Foto, das ist gar nicht so einfach. Das ist recht tricky, weil es sieht dann oftmals einfach nur verspielt aus oder seltsam aus. Und du hast hier wirklich dir Gedanken gemacht und sagst, hey, ich möchte ein bisschen verstecken hinter dem Moos im Vordergrund, zeige aber auch die Felsen im Vordergrund und an der Seite mit dem Wasserfall. Gefällt mir sehr gut. Ich schneide das mal zu auf das 4x5 Format. Ihr kennt das von mir. Wir nehmen das mal so, das Problem ist, dass wir jetzt hier eine ganze Menge im Bild verlieren. Das heißt, wenn du das jetzt im 4x5 Format drucken oder veröffentlichen möchtest, hast du das Problem, dass du hier oben vom Wald nicht mehr viel drauf hast. Was ich sehr schade finde in dem Fall, denn die Bäume hier oben gefallen mir sehr, sehr gut und dir würde ich vielleicht überlegen, gerade wenn du es drucken möchtest, mir den Druck so auszusuchen, dass ich möglichst viel vom Wald hier oben noch mit drauf habe, weil ich finde, das gibt dem Foto richtig viel, dass hier oben noch die Bäume mit drauf sind. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Ich gehe mal hier ins Automatische mit dem Weißabgleich. Okay, siehe da. Da geht da nochmal eine ganze Menge. Finde ich auch richtig geil, den Look. Also beides. Ich schaue nochmal auf vorher. Hier mag ich, dass es ein schönes, sattes Grün hat und wenn wir jetzt auf Automatik gehen, im Weißabgleich, gefällt mir hier oben das Gelb, Orange, ja fast Braun schon vom Licht, was ein bisschen den Eindruck erweckt, die Sonne kommt gerade durch. Finde ich sehr, sehr schön. Ich gehe mal in die Farb, äh, die Lichtbearbeitung rein. Hier würde ich ein bisschen den Wasserfall zurücknehmen mit dem Weiß, aber auch nur ein bisschen, weil ihr seht, das sieht auch sehr schnell komisch aus, deswegen lasst ihn lieber hell. Er darf ruhig rausploppen. Komm, da gehen wir noch ein bisschen mit Helligkeit rein. So, genau. Ähm, hier oben in der Sonne oder im Licht, da würde ich ein bisschen nachhelfen. Komm, da nehmen wir ein bisschen Licht, ein bisschen Weiß hin, helfen ein bisschen nach hier oben. So, schaut mal. Sehr, sehr cool. Genau. Und vielleicht auch ein bisschen die Tiefen noch ein bisschen hochziehen, so ein Ticken. Genau. Und noch ein bisschen mehr mit dem Weißabgleich. Gelb. So, plus drei. Minimal. Nicht so viel, ja. So, ganz künstlich wollen wir es nicht machen. Und, ähm, ja, dann würde ich vielleicht nochmal in die, halt in die Farbearbeitung schauen, hier oben. Und zwar würde ich mir das Grün anschauen, das haben wir schon da. Da kannst du natürlich das Instagram-Grün machen, ziehst das alles beides runter. Dann passt das zum Hintergrund, wie du siehst. Setz es mal zurück. Oder du gehst in das Gelb und sagst, okay, ich möchte hier das nicht so ganz krass rausploppen lassen und dann nimmst du es hier ein bisschen zurück. Beides geht, wie du siehst. Hier kommt es wieder darauf an, was du, was du sagen möchtest, was dein Geschmack ist. Aber grundsätzlich ist es ein sehr, sehr schönes Foto und hier lässt sich auf jeden Fall richtig gut mitarbeiten. Ich sehe gerade hier die Felsen, die können wir auch nochmal rausholen. Komm, da geben wir nochmal rein und zeigen noch ein bisschen mehr Felsen. Mal die noch ein bisschen hell, so ein Ticken, so ein Klee. Jawohl. Sehr schön, so ein bisschen noch hier mit Belichtung zugeben. So. Jawohl. Sehr schön. Ein sehr, sehr schönes Foto, Sven. Vielen, vielen Dank für dein Bild. Wir machen weiter mit dem nächsten Foto und zwar von Luisa Anna. Sie hat ein Foto gemacht in... Ist das in Dresden entstanden? Sie hat mir auf jeden Fall geschrieben, sie hat sich für ein unbearbeitetes Foto entschieden. Genau. Okay. Platz zwei wäre ein Foto mit Wetterleuchten gewesen. Das hat sich aber sehr stark nachbearbeitet. Das hätte ich gerne gesehen. Luisa, das kannst du ja nochmal schicken, wenn du Zeit und Laune hast. Schick einfach mal das Foto mit dem Wetterleuchten rum, da würde ich mich sehr freuen. Das können wir nochmal gerne später irgendwann mit hier reinnehmen. Und dieses Foto ist im Urlaub entstanden. Genau. War gar nicht so einfach. Okay. Also doch im Urlaub, nicht in Dresden. Auf jeden Fall fällt mir eins sofort auf. Du hast in Städten, wie ich es vorhin in den Fotos gesagt habe, das Problem, dass du eine sehr krasse Orange-Beleuchtung hast. Da kannst du dir helfen, indem du in den Weißabgleich erstmal in Automatik reinschaust und dann wird er dir das Foto sehr kühl in der Farbtemperatur anbieten. Ja. Das ist immer nicht so einfach, weil das Problem ist, oftmals bekommt es einen komischen Farbstich und ja, das willst du meistens nicht. Aber mit dem Weißabgleich musst du arbeiten und es ist immer genau das, worauf es ein bisschen ankommt, das vor Ort korrekt im Farbabgleich, also im Weißabgleich schon dort aufzunehmen, um in der Postproduktion vielleicht auch weniger Probleme zu bekommen. Ihr seht gerade, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Ich mache es nochmal rückgängig. Wir gehen mal in den Weißabgleich rein, versuchen das mal manuell. Also ich würde es auch ein bisschen zurücknehmen, das Orange, um hier nicht so eine krasse Präsenz von dem Orangeton reinzubekommen oder drin zu haben. Wir können auch über die Farbbearbeitung noch ein bisschen gehen, die Sättigung ein bisschen rausnehmen. Aber das sieht auch sehr schnell künstlich komisch aus. Ihr seht das. Schwierig. Ja, so würde ich es vielleicht machen. Wir schauen mal vorher, nachher. Ja. Wobei, wir nehmen mal noch ein bisschen mehr wieder rein. So. Okay. Okay, gut. Dann schauen wir mal in den Zuschnitt rein. Hier würde ich auch wieder ein 4x5 Format ausprobieren wollen. Das geht zum einen so im Querformat. Wenn du sagst, du nimmst nur das Gebäude in den Fokus, dann würde es recht eng zuschneiden, damit es auch für eine Symmetrie ganz gut passt. So, ein Ticken noch hochschieben. So. So, dann würde ich es so hier reinnehmen. Oder Hochformat schauen wir uns auch an. Das könnte aber schwierig werden, weil das Gebäude sehr breit ist. Wir bekommen das bestimmt nicht ganz drauf. Ja. Wir bekommen es nicht ganz drauf. Also, dann doch lieber Querformat. Und so angeschnitten. Ja. Nein. Wir machen das mal schön Querformat. Genau. So. Also, ich würde es in dem Fall so machen. Ich würde es eher zuschneiden, das Bild, und würde jetzt nicht so viel drauf nehmen. Wenn du dieses Format nimmst, wohlgemerkt. Wenn. Ja. Okay. So. Du hast zwar am Vordergrund diesen Kran und diesen Kirchturm-Vordergrund, aber das ist dann so, das gehört auch mit zur Location, deshalb macht dich nicht verrückt. Wir gehen mal in die Bildbearbeitung rein, was die Lichter angeht. Da wird es ein bisschen tricky jetzt, weil ich mit jedem Regler von den Lichtern das Gebäude quasi immer mehr zum Glühen bringe, und das wollen wir ja nicht unbedingt. Wobei es irgendwie auch geil aussieht, oder? Es sieht so fast golden aus. Ähm, ja. Hat auf jeden Fall was. So, dann würde ich hier mit dem Weiß noch ein bisschen schauen, wie viel da geht. Einfach ein bisschen herumspielen. Das würde ich einen Ticken zurücknehmen. So ein Klee. Okay, ich stehe gerade im Zuschnitt. Wir müssen das noch ein bisschen so anpassen. Okay. Genau. Die Farben haben wir gerade eben besprochen. Ist ein bisschen tricky, ähm, weil es halt schon sehr krass orange leuchtet. Da würde ich ein bisschen selber an deiner Stelle schauen, Luisa, was dir vom Orangeton gefällt. Also möchtest du es eher knallig haben, oder möchtest du es so ein bisschen dezent zurücknehmen. Das kannst du hier über die Farbregelung auf jeden Fall noch ein bisschen anpassen, beziehungsweise über den Weißabgleich auch noch etwas vornehmen. Ähm, by the way, das habe ich noch gar nicht erwähnt, es gibt, ähm, Light Pollution Filter. Die gibt es. Die sind nicht günstig, die sind schon recht teuer und die sind extra dafür konzipiert, statt Lichter rauszufiltern. Zumindest so weit rauszufiltern, dass du es im Nachhinein mit dem Weißabgleich noch so gut anpassen kannst, dass es nicht mehr so schlimm orange aussieht. Ähm, die gibt es in verschiedenen Filtergrößen. Ich kann euch das auch mal verlinken hier unter dem Video, wenn ich sie finde. Und die helfen, wenn du viel in der Stadt fotografierst, noch dafür zu sorgen, dass du trotz der gelben oder orangen Beleuchtung hier noch einen einigermaßen guten Farbton drin hast. Also, wenn dich das interessiert, schau dir mal diese Filter an. Ähm, für Gelegenheit, Stadtfotografien lohnen sich die Filter eher nicht, weil sie schon recht teuer sind. Ähm, aber für alle, die das interessiert, hier mal mit erwähnt, ja, und bei Luisas Bild würde ich hier noch mal schauen, was wir bei den Tiefen ausholen können. Genau. So ein Ticken mehr. Der Himmel ist schwarz und er bleibt auch schwarz. Genau. Jetzt habt ihr es mal übertrieben. Genau. Also er bleibt auch schwarz. Genau. So. Jetzt können wir hier noch im Weißabgleich ein bisschen retten. Ja, so ein bisschen ins Grün und vielleicht noch ein bisschen dieses Rosé rauszunehmen. So. So ein Ticken. Genau. Okay, du siehst, wir müssen hier ein bisschen tricksen, was das, was das Licht angeht, weil es eben sehr, sehr krass orange beleuchtet durch das Gebäude. Aber, das habe ich noch gar nicht erwähnt, du hast die Lichter recht gut gerettet hier, was das Gebäude hier unten angeht und hier oben angeht, ähm, denn die Lichter sind nicht krass ausgebrannt und du hast einen wunderschönen, ähm, Stern von deinen Lichtern erhalten. Du hattest die Blende 22, genau, 55 Millimeter und, äh, da hast du auf jeden Fall, ja, die Lichter auf jeden Fall gerettet. Das ist ja auch nicht so einfach, das musst du erst mal hinkriegen, ja, bei so der Langzeitbelichtung. Okay. Also, Luisa, vielen Dank für dein Foto. Wir machen weiter mit dem nächsten Foto von Mischa, Mischa Hans heißt er, genau. Er hat ein Foto gemacht von der Autobahn. Ähm, das ist auch in der Nähe von Erfurt, glaube ich. Ich kenne auf jeden Fall diese Stelle. Die kommt mir sehr bekannt vor. Und Mischa, du kannst uns ja mal unter dieses Video schreiben, wie du das aufgenommen hast und wo du das aufgenommen hast, weil ich habe keine Kameradaten. Und, ähm, eine Drohne war es bestimmt nicht. Glaube ich nicht. Äh, ich weiß gar nicht, ob in der Nähe dort irgendwo eine Brücke ist. Also, ich sage uns mal, wie du es dort aufgenommen hast, würde mich interessieren. Und hier kommen wir gleich zur nächsten Schwierigkeit in so einem Foto. Langzeitbelichtung mit, äh, mit Autos oder mit Dingen, die sich bewegen, die beleuchtet sind. Ähm, wenn du so einen Effekt haben willst, also hier, dass alle Fahrspuren beleuchtet sind und sich nicht ausbrennen, beziehungsweise, dass du nicht die Rückleuchten, sondern auch die Frontscheinwerfer mit drin hast, dann brauchst du wahrscheinlich mehrere Anläufe, im Zweifel sogar mehrere Bilder, die du übereinander legst, um dann zu sagen, ich nehme von diesem Foto die Frontscheinwerfer, von diesem Foto gefallen mir dann eher die Rückleuchten besser. Und das ist dann schon eine rechte Arbeit, muss ich mal sagen. Das sieht erstmal ganz einfach aus und ganz easy, aber das braucht dann schon, wenn du Pech hast, mehrere Anläufe, um dann klar zu kommen. Also hier hat es sich auf jeden Fall viel Arbeit gemacht und ich würde mir mal im Zuschnitt anschauen, wie das denn im 4x5 Format aussieht. Hier würde ich auf jeden Fall vom Himmel ein bisschen was wegnehmen. So, jetzt kommt es drauf an, was du sagen möchtest. Möchtest du die Teilung der Straße mehr in den Vordergrund nehmen, dann würde ich vielleicht eher so hier, ein bisschen so, hier rüber, ja, sondern ich würde vielleicht sogar diesen Pfeiler links als Begrenzung ins Bild nehmen. finde ich deutlich besser oder du bringst ein bisschen mehr Spannung ins Bild, indem du sagst, hier nehmen wir mal die Degabelung der Straße rechts unten mit ins Bild und passen das dann ein bisschen auf die Brücke so an. Fände ich auch noch ganz cool, aber es kommt wie gesagt sehr darauf an, was du aussagen möchtest. Wir schauen uns das mal im Hochformat an. Da haben wir auch wieder das Thema, was möchtest du in den Fokus nehmen. Ich würde es wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich so machen. Bisschen tricky, weil die Lichter sind so geil, die möchte ich eigentlich gar nicht abschneiden. Ich glaube, das würde ich nur im Querformat machen. Ich würde es im Hochformat glaube ich nicht nehmen. Wir machen das mal so. Ich ziehe das jetzt einfach mal. Ich bin mal so frei. Ich ziehe das jetzt mal so rüber. So. Wir nehmen noch die Lichter ein bisschen schön auf die Ecken. Yes. Genau. Okay. Also es ist wunderbar gerade und wir gehen noch mal in die Bearbeitung, was die Lichter angeht, rein. Hier würde ich den Himmel ein bisschen heller machen. Das finde ich ganz cool. Also ganz zu dunkel nicht, sondern eher so ein Ticken heller. Auch die Weißwerte würde ich ein bisschen höher ziehen und lasst euch nicht täuschen von dem Histogramm hier oben. Zum einen sind es sehr dunkle Bereiche, klar, weil du hast die Brücke ja nicht beleuchtet. Es sind nur die Straßen beleuchtet von den Autos und zum anderen, die Bereiche dazwischen sind halt auch dunkel. Deswegen zeigt das Histogramm an, nachher ist was unterbelichtet. Und eine Überbelichtung hast du auch sehr schnell drin, weil eben die Scheinwerfer ein kraser Gegensatz zu den dunklen Stellen im Foto sind. Also auch da würde ich immer ein bisschen nach dem Bauchgefühl gehen, was dir gefällt, was für dich am besten aussieht. Ja, das würde ich ein bisschen so machen. Kontrast, weiß ich nicht, würde ich vielleicht so lassen, weil Brillanz hat das Bild auf jeden Fall genug. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte dir den Himmel noch ein bisschen mehr in den Fokus nehmen, einfach, dass er noch, dass er nicht untergeht, dann kannst du ja hier so einen leichten Radialfilter reinsetzen, nimmst ein bisschen mehr die Helligkeit rein, so, und machst das Ganze so. Und bei solchen Fotos sehen auch Vignetten finde ich manchmal ganz gut aus. Wir schauen uns das mal an, so ganz leicht, das hat was, auf jeden Fall. Finde ich auch ganz cool vom Look, aber wie gesagt, allein dadurch, dass du alle Fahrspuren hier gut mit Scheinwerfern ausgefüllt hast, ist es halt schon ein recht geiles Motiv. Genau, von den Farben her würde ich glaube ich nichts anpassen, weil mir das Rot und das Blau auch sehr gut gefällt im Kontrast. Wenn du jetzt hier noch eine aufgehende Sonne im Hintergrund hättest oder eine untergehende Sonne, das wäre dann noch so dein letzter Klee, aber es ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil du dann noch weniger Zeit hast, das Foto zu erstellen, da reden wir dann von wenigen Sekunden oder Minuten, ja. Aber, ein sehr schönes Fotomischer, vielen, vielen Dank, dass du das zugeschickt hast und wir kommen zum letzten Foto und zwar das letzte Foto ist von Robert. Wir schauen uns das mal wieder ein bisschen kleiner an, jawohl. Robert hat auch hier ein Foto vom Wasserfall mir geschickt und er ist sich nicht mehr sicher, welche Einstellungen er in der Kamera hatte, ich sehe auch keine hier, aber die Auflösung ist schon recht gut. Also du hast eine sehr hohe Auflösung, Robert, demzufolge, ja, passt das schon mal. Also wenn du das drucken möchtest, das ist auf jeden Fall schon mal super gelungen. Genau, wir schauen mal rein in den Zuschnitt. Wir haben hier, ist das ein 4x5 Format? Das ist schon ein 4x5 Format, genau. Ich dachte schon gerade eben, das sieht schon sehr ähnlich. Also du siehst, das passt schon vom Zuschnitt perfekt, wenn du das jetzt in Social Media Kanäle wie Instagram reinladen möchtest oder drucken möchtest, passt das schon perfekt. Auch sehr schön aufgeteilt und zwar hast du hier links, im linken, also ganz linken Bereich unten, den Felsen. Du hast mittig, dann wunderschön, als Aufteilung, den Wasserfall drin und hier oben dann den Rest quasi vom Wald, damit dazugehört, wo die Sonne durchscheint, wo der Himmel ein bisschen zu erkennen ist und demzufolge, ja, würde ich so lassen. Geht es, also Querformat geht natürlich nicht, sieht wirklich doof aus dann, Querformatig, im Hochformat, könntest du es noch ein bisschen mehr zuschneiden, aber nein, ich würde es so lassen. Genau. Das passt auf jeden Fall. Einen Ticken heller, komm, wir machen es mal einen Ticken heller, so ein Klee und ich würde hier bei dir etwas mehr Sättigung in die Schatten reinnehmen. Also etwas mehr Kontrast, ein bisschen mehr noch das Schwarz runterziehen, sodass wir ein bisschen die entsättigten Töne rausbekommen, so ein bisschen nur, genau, aber das ist wie gesagt persönlicher Geschmack, ja. Was sagt der Weißabgleich? Schauen wir mal rein. Autoweißabgleich macht das Bild ganz grün, okay. Sofort zurück, setzen wir wieder auf rückgängig, passt ganz gut und ja, dieser leichte gelb-braunton auf dem Foto sieht auch recht gut aus, eben weil es auch wunderbar zum Laub und zum Gras beziehungsweise zum Sonnenlicht passt. Hier oben könntest du das noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen mit hell malen, wenn du möchtest, wenn du noch sagst, hey, ich möchte die Sonne noch ein bisschen mehr hier zum Tragen bringen, einfach, dass wir sehen, dass hier oben das Licht reingekommen ist, aber das muss es nicht, weil, wie gesagt, hier geht es um den Wasserfall und nicht um das Licht im Hintergrund mit dem Laub. Du könntest hier noch eins machen, du könntest hier über den Gelbwert, über die Gelbtöne dir noch das Laub anpassen, das Gras. Wenn du es jetzt zum Beispiel zum Thema Herbst aufgenommen hast und sagst, du hast einen ganz speziellen Look, einen speziellen Stil, du möchtest es vielleicht noch Richtung Golden aussehen lassen, ja, Golden Oktober und so, dann könntest du es hierüber noch ein bisschen anpassen, klar, über Orange beziehungsweise Gelb, musst du aber nicht. Ich finde, das passt schon recht gut vom Vordergrund bis zum Hintergrund mit den Gräsern demzufolge würde ich das so lassen. Das Wasser würde ich vielleicht ein bisschen, ich probiere das mal, ob wir das ein bisschen mehr weniger blau bekommen, ich probiere das mal aus, mal sehen, ein bisschen mehr Farbe rausnehmen, so ein Ticken, so ein Ticken würde ich vielleicht rausnehmen. Das ist schon sehr krass, wie ich es jetzt gemacht habe, sorry. Ja, so vielleicht vorher, nachher, so ein Ticken, ja. Es ist jetzt ein bisschen heller am Nachhinein und das Wasser ist nicht ganz so bläulich, aber wie gesagt, da geht es um den persönlichen Geschmack. Von der Anpassung, was die Transformierung angeht, würde ich hier gar nichts anfassen hier unten, weil für mich gäbe es da keinen Grund. Es ist kein Gebäude, es ist keine Brücke oder irgendetwas, was spezielle Linien hat, die ausgerichtet werden müssen, würde ich genauso lassen, wie es ist. Wie gesagt, ich würde mir dann nur überlegen, ob ich vielleicht die Schatten mir ein bisschen dunkler ziehe, und das Sonnenlicht natürlich oben noch ein bisschen reinnehme, wenn ich es mag. Aber an und für sich ein sehr, sehr cooles Foto. Vielen, vielen Dank, Robert, für dein Bild und ich würde sagen, da haben wir eine gute Bandbreite an Langzeitbelichtungen heute in der Fotobesprechung besprochen. Was ich nicht bekommen habe, das waren Milchstraßenfotos. Ich habe ja gehofft, mir schickt jemand ein Milchstraßenfoto, weil das ist ja auch eine Langzeitbelichtung. Das hat mir niemand geschickt, aber vielleicht machen wir dazu mal ein Langzeitbelichtungsvideo beziehungsweise eher ein Fotobesprechungsvideo zum Thema Milchstraßenfotos. Und wenn ihr Lust darauf habt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir das unter dieses Video schreibt. Das heißt, wenn ihr sagt, hey komm, lass mal dieses Thema demnächst machen in den Fotobesprechungen, dann schreibt mir das hier als Kommentar. Und dann hoffe ich, ihr habt hier ein bisschen was mitgenommen. Ich hoffe, ihr habt aus meinen Ausführungen ein bisschen was mitnehmen können. Und ich hoffe, ihr hattet Freude beim Betrachten der Fotos, denn wie ihr seht, gab es nun wirklich eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten hier in den Motiven. Und Langzeitbelichtung heißt ja nicht immer Wasser fotografieren, sondern auch Gebäude und Lichter fotografieren beziehungsweise auch Autos auf der Straße oder eben eine Milchstraße. Und demzufolge gibt es da wirklich eine ganze, ganze Menge, die du ausprobieren kannst. Und falls du einiges davon nicht gemacht hast, probiere es aus, geh raus, nimm die Kamera und spiel einfach ein bisschen mit deiner Kamera herum und zeig uns deine Fotos. Zeig uns deine Fotos über Instagram, verwende den Hashtag SilviusWoche und dann kann ich das in meiner Story teilen und dann können wir alle sehen, was du mit deiner Kamera draußen ausprobiert hast und denk daran, es geht nicht um richtig oder falsch, sondern um deine Perspektive und deine Sicht der Dinge und um das, was du damit aussagen möchtest. In diesem Sinne vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Musik Musik